Wir können uns in Zukunft weitere Projekte gerne vorstellen. Unkompliziert, freundlich, professionell. Hallo, mein Name ist Jürgen Denzel, ich bin Teil der Geschäftsführung vom Autohaus Ehingen. Das ist ein familienansässiges Unternehmen hier in Ehingen und haben über 100 Mitarbeiter beschäftigt. Also in der Vergangenheit haben wir schon verschiedene Projekte umgesetzt und aus diesem Grund sind wir wieder auf die Unternehmen zugekommen und haben gedacht haben, können wir ein gutes Recruiting-Video gestalten. Also wir haben heute zwei Recruiting-Videos produziert, einmal für eine Ausbildungsstelle als Kfz-Mechaniker und einmal für die ausgelernte Stelle für den Kfz-Mechaniker. Im Vorfeld haben wir uns Gedanken gemacht, was möchten wir rüberbringen, welche Gedanken möchten wir umsetzen. Wir haben uns ein Konzept erarbeitet, wie wir verschiedene Frage- und Antwortspiele machen und so sind wir an das Thema reingegangen. Kommunikation war sehr positiv, relativ locker. Wir haben das relativ auch online gemacht, aus der vorne. Das war eigentlich ganz unkompliziert. Heute Morgen sind wir uns zusammengesetzt und uns Gedanken gemacht, welche Standorte oder welche Filmsequenzen nehmen wir auf und da sind wir uns durchs Haus gelaufen und haben uns die besten Positionen rausgesucht und dann haben wir das Set aufgebaut und mit den Mitarbeitern auch kurz vorher besprochen, wie es ablaufen soll und dann hat das eigentlich sehr gut funktioniert. Positives Feedback immer erhalten, wie man sich verhalten soll, weil man ist ja kein Fachmann als Schauspieler. Man hat eine sehr gute Unterstützung erhalten, wie man sich entsprechend verhalten soll, war sehr positiv. Sehr professionell, also mit der Ausrichtung. Also wir können uns in Zukunft weitere Projekte gerne vorstellen.